Ich glaube, ich war nervös. Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet, Basketball zu spielen in der besten Liga der Welt. Ich war nervös, weil ich noch nie woanders gelebt habe, außer bei meinen Eltern. Also da war schon eine große Anspannung da. Ich fühle mich total wohl im Flugzeug und wenn ich ankomme, bin ich irgendwie ja schon relaxed und freue mich, angekommen zu sein. Hit the ground running, würde ich so schön sagen. Also ich bin ja während meiner Karriere natürlich viel gereist, aber habe ja wirklich nicht viel gesehen. Ich war immer in Hallen, Hotels und von daher habe ich das erst genossen, in den letzten paar Jahren wirklich zu reisen und die Welt zu sehen. Ich war noch nie in Südamerika, ja, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, da irgendwie würde ich schon gerne mal machen in naher Zukunft. Und ich war noch nie in Indien. Ich glaube, so ein bisschen kulinarischer Trip nach Indien wäre, glaube ich, auch eine tolle Sache.